Kennen Sie den Titel von Udo Jürgens, aber bitte mit Sahne? Natürlich kennen Sie ihn. Auch wenn er diesem Genuss kritisch gegenübersteht, ohne Sahne geht es bei dem folgenden Gebäck einfach nicht. Die Sahne ist hier quasi der Wind im Beutel. Und da haben wir auch schon den Namen Windbeutel, auch schweizerisch Ofenküchlein und österreichisch Bratteigkrapfen genannt. Backen mit Gritti, hier sind wir wieder. Schön, dass Sie mich heute nicht im Stich lassen. Ja, im Stich lassen. Was denken Sie, was es heute gibt? Richtig, Brandmasse. Und ich habe gedacht, wir machen mal kleine Windbeutelchen. Und Sie sehen ja, ich habe ein bisschen was aufgefroren. Kocher, Röhrer und wir fangen auch schon an. Es geht los mit unseren Zutaten. Wir brauchen 500 Milliliter Wasser, 150 Gramm Margarine, eine Prise Salz, eine Prise Zucker, 350 Gramm gesiebtes Mehl, Typ 405 und sieben Eier für danach. Und ich erkläre Ihnen jetzt mal, wie das losgeht. Also, ich habe schon mal Wasser, Set, Zucker und Salz. Also diese ganzen vier Komponenten habe ich schon mal in die Schüssel gegeben, dass das schön aufkocht. Und Sie sehen, hier kocht es auch schon. Das ist so eine Wasser-Fett-Mischung. Und da geben wir rein unser gesiebtes Mehl. Viele getrauen sich zu Hause nicht zu machen. Ich sage mal so, eigentlich ist es gar kein Problem. Wir stellen das mal auch ein bisschen stärker. Und jetzt geben wir unser Mehl rein und rühren das schön auf. Das heißt, Brandmasse, Brühmasse muss ja immer abgeröstet werden. Und dann entsteht immer so ein weißer Film, sage ich mal, am Rand. Und dann, wenn der entsteht, ist es auch schon wirklich gut. So muss es sein. Die Stärke verkleistert. Und das ist genau das Wichtige. Ich sage mal so, ich nehme jetzt mal den Schneebesen weg. Und nehme meinen Sportel und röste das noch ein bisschen so ab. Und dann entsteht schon so wie jetzt Ballen. Und da sind wir auf dem richtigen Weg. So muss es sein. Ich muss richtig schön verkleistern. Und schon ist der Grundteig erst mal fertig. Jetzt schalten wir das Ganze hier aus, dass es uns nicht umso umfliegt. So, jawohl. Kann man abnehmen. Und dann geben wir das Ganze einfach mal rüber auf unser Fleisch. Zum Abkühlen. Das muss so auf 40 Grad wieder runtergekühlt werden, dass die Eier dann nicht wieder gerinnen, wenn wir sie mitunter arbeiten. Ich sage mal so, entweder man macht es ein bisschen breit, wenn man nicht so die Zeit hat, einfach so ein bisschen breit. Oder jetzt wieder ein bisschen zusammen. Wenn man die Zeit hat, gibt es die Schüssel drüber. So, Sie sehen, die ist schön schwarz. Und gibt es einfach ein bisschen an die Seite. Wartet an die Nuten, bis es abgekühlt ist. Und dann, ich habe den Deich natürlich vorbereitet. So ist er dann. Der ist genauso. Also er ist schön elastisch. Sie sehen, ja, ich kann so ein bisschen mit den Fingern. Und das geben wir in unsere Maschine. Also auch wirklich bitte nicht mit der Hand. Das wird definitiv nichts. Das muss schön geschmeidisch werden. Ich mache jetzt erstmal die Hälfte. Ich schalte es ein. Und gebe so ein bisschen nach und nach meine Eier zu. So, dann kann ich wieder Teig zugeben. Wir müssen immer schauen, dass die Maschine das auch schafft. Lassen Sie das mal ein bisschen langsam laufen. Nicht, dass es uns komplett rausschießt. schießt. Nach einer gefühlten halben Stunde Rührzeit, ne kleiner Scherz, aber eine Viertelstunde brauchen wir schon ungefähr, wird es richtig schön humorogen. Sie sehen das, alles hat sich schön verbunden. also die Eier, also die Eier, der Teig und dann wird es so eine fleißerhafte Masse. Wir schalten auf langsam und es sieht ganz gut aus. Das ist immer ein bisschen wie ein kleines bisschen Gematsche, aber das macht jetzt nichts. Dann schlagen wir das raus. Und schon geht's auch los. Dann brauchen wir einen Spritzbeutel. Oder wie gesagt, so einen kleinen Gefrierbeutel. Man muss nicht immer das Ganze so akkurat haben. Wäre aber natürlich schön, wenn es die schönen Rillen hat. Und schon geht's auch ab. Wir geben das in unseren Spritzbeutel. Machen Sie nicht allzu viel rein. Das ist eine echt straffe Masse. Das geht über der Ohr noch. In meiner Leerzeit waren die Beutel wirklich richtig gut voll. Ich habe dann immer gedacht, nee, um Gottes Willen, das ist so heftig. Aber das Ergebnis ist natürlich super. Und schauen Sie her. Einfach so ein bisschen hoch. Wir machen einen Mini-Windbeutel. Wie eine kleine Blume sieht das aus oder erklärt. Die schönen gefüllten mit Kirsch. Machen Sie es nicht größer. Die gehen wirklich richtig, richtig hoch. Und schon. Sehen Sie? Da haben wir unsere Windbeutel, unsere Eclairs. Und jetzt achten Sie wirklich drauf. Diesmal ist es eine hohe Temperatur. 220 bis 230 Grad Ober- und Unterhitze für möglichst eine gute halbe Stunde bis zu fast 40 Minuten in unseren Ofen vorgeheizt. Und das ist so eine musikalische Lockerung. Also, das heißt, das Ei drin. Wasserdampf entsteht und somit entsteht die große Porung. Nach außen kann es nicht ausdringen und somit entsteht ein schöner Windbeutel. Und Sie werden das gleich sehen. Bis später. So, hier sind wir wieder mit unseren Windbeutel, unseren Eclairs. Also, Sie sehen, das hat schon an Volumen zugenommen. Und ich sag mal so, die sind total lecker. Einfach aufschneiden und man kann die herzhaft fühlen. Man kann die süß fühlen. Ich sag mal, herzhaft, denken Sie jetzt so, was, herzhaft, herzhafte Windbeutel? Naja, es gibt ja manche Pasteten, die sind ähnlich, bloß mit Blätterteig. Hier ist es der Brandteig. Die werden mit Eiersalat gefüllt oder Kartoffelsalat, Fleischsalat. Kommt auf jeden Geburtstag immer ganz gut. Aber wir können es nicht traditionell so schön mit Sahne oder unsere Eclairs so mit Kirsch und Sahne. Es schmeckt beides gut. Können Sie mir wirklich glauben? Ich sag mal so, wenn Sie die Zeit haben zum Rühren, wenn Sie sich es zutrauen, probieren Sie es mal. Es glaubt Ihnen vielleicht niemand, dass Sie es selber gemacht haben. Aber es wird bestimmt gelingen, wenn Sie es so machen wie ich. Haben Sie ein bisschen Geduld. Ich wünsche allen eine schöne Restwoche. Ich wünsche meiner Lehrlingsdame alles, alles Gute. Die geht ins Babyjahr. Alles gut bestanden, alles gut geklappt. Noreen, Sie sind eine ganz, ganz, ganz fleißige. Alles Gute für Sie und fürs Baby. Ich hoffe, wir sehen uns gesund wieder. Genießen Sie die Zeit. Alles Glaubt. Bis bald, eure Gritti. Tschüss.